Bauerntrampel. Stinkender Kuhstall. Gummistiefel und Latzhose. Öko-Freak. Ich stelle mir vor, dass die Studenten den ganzen Tag auf dem Acker arbeiten. Sehen, ernten, Bodenproben nehmen und Schleppanfahren. Ich stelle mir vor, dass das alles Öko-Freaks sind, die selbst gestrickte Kleidung tragen und sich an freien Nachmittagen treffen, um gemeinsam zu basteln, stricken, Blumenkranz flechten und so Sachen machen. Ich stelle mir vor, dass die Studenten selbst geerntete Sachen direkt in der heimischen Küche verarbeiten und ihre Lebensmittel nicht im Supermarkt kaufen, sondern ausschließlich bei den Bauern um die Ecke erwerben oder sogar komplett selbst anbauen. Ich stelle mir vor, dass Tiere im Studiengang eine große Rolle spielen. Bestimmt hat jeder zweite Student einen eigenen Hund und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man mit Hund, Katze und Pferd anrückt. Ganz abwegig wäre das sicherlich nicht. Jetzt aber mal Schluss mit den Vorurteilen. Kommt mit, dann erfahrt ihr, was wir hier wirklich machen. Ich wusste schon, dass es ein wissenschaftliches Studium ist und dass Mathe, Physik und Chemie auf mich zukommen. Das sind auch ganz schöne Klöpper, aber es ist zu schaffen. Ich habe mir natürlich auch erhofft, irgendwie einen Einblick in die ökologische Landwirtschaft zu kriegen und auch so ein bisschen die ganzen kritischen Aspekte zu bekommen, dass nicht alles immer noch heiter Sonnenschein ist, was man so im Laden ja nicht so mitkriegt. Und da denke ich schon, dass wir einen guten Einblick gekriegt haben. Trotzdem ist Witzchenhausen natürlich eine kleine Ökoblase. Aber ich finde, das gehört ja auch dazu, dass man lernt zu argumentieren für die ökologische Landwirtschaft. Jetzt bringe ich euch zum Lehr- und Lerngarten als Teil des Tropengewächshauses. Hier gibt es vor allem alte und seltene Nutzpflanzenarten mit dem Schwerpunkt Gemüse. Ich habe mich dann für Witzchenhausen entschieden, weil Witzchenhausen damals schon das Original war. In Deutschland gibt es halt zehn Universitäten, die Landwirtschaft als Studiengang anbieten. Eine, die Ökolandwirtschaft anbietet. Und die ökologische Landwirtschaft ist eine wachsende, langsam, aber sicher wachsend. Darum ist es wichtig, dass es Witzchenhausen gibt und einen Studiengang, der das anbietet. Die hessische Staatsdomäne Frankenhausen ist der Lehr- und Versuchsbetrieb des Fachbereichs 11 und im weiteren auch der Universität Kassel. In Frankenhausen geht es darum, einmal auch für die Lehre eine Ressource zu haben. Deshalb war es auch immer das Ziel, einen möglichst vielfältig aufgestellten Betrieb zu haben. Darum haben wir auch wieder die Milchviehhaltung dort etabliert. Aber auch ansonsten versuchen wir, vielfältig zu sein und auch den Studierenden Anknüpfungspunkte zu geben, sich dort entsprechend zu engagieren. Auf zur letzten Station! Wenn man irgendwo erzählt, bei Treffen mit anderen Leuten aus der Branche, man kommt aus Witzchenhausen, kann man sich darauf verlassen, dass dann die Diskussion über Witzchenhausen stattfindet. Das liegt daran, dass wir ein so klares Profil haben und wenn man Witzchenhausen sagt, wissen alle, aha, das sind die Ökos. Und dann kann man interessante Diskussionen anfangen. Das macht Spaß, weil man erklären kann, wie Zusammenhänge sind und dass die Vorurteile, die manchmal bestehen, so dann doch nicht zutreffen. Und ich schon denke, dass die ökologische Landwirtschaft eigentlich die Lösungsmöglichkeiten hat oder auch viele Lösungsmöglichkeiten hat für viele Probleme, die uns in unserer gesamten Gesellschaft, auf der ganzen Welt beschäftigen und bewegen und mit denen wir unbedingt vorankommen müssen und wollen. Wie ihr nun wisst, hat unser Alltag nicht nur mit Schlepperfahren, Stricken oder Neadewürden zu tun, was natürlich nicht heißt, dass diese Dinge ausgeschlossen sind. Im Studium der ökologischen Landwirtschaft geht es um umwelttechnische Auswirkungen, die Erforschung neuer Technologien sowie einer betriebswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung. Dabei werden vor allem Vielfalt und Nachhaltigkeit einbezogen. In Witzchenhausen kommen keine Freaks zusammen, sondern Studenten und Studentinnen unterschiedlicher Herkunft mit dem Ziel zu lernen, wie man die ökologische Landwirtschaft etabliert und die wissenschaftliche Theorie in eine gängige Praxis umsetzt. Unser Studium hat Zukunft, also kommt nach Witzchenhausen und werdet ein Teil von uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017